Der Friede, der höher ist als alle Vernunft Es gibt viele Berichte von Menschen, die diese Geburt einer neuen Bewusstseinsdimension erlebt haben, meist infolge eines tragischen Verlusts irgendwann in ihrem Leben. Sie haben vielleicht ihr Hab und Gut, ihre Kinder oder Partner, ihre gesellschaftliche Stellung, ihren Ruf oder ihre körperliche Gesundheit verloren. Manchmal haben sie durch eine Katastrophe oder Krieg alles auf einmal verloren und standen vor dem Nichts. Das können wir eine Grenzsituation nennen. Womit sie sich auch identifiziert hatten und was immer ihnen ein Selbstgefühl vermittelt hatte, war ihnen genommen worden. Und dann wich die Qual oder tiefe Furcht, die sie anfangs empfunden hatten, urplötzlich und auf unerklärliche Weise einem heiligen Gefühl von Gegenwärtigkeit, von tiefem Frieden und Gelassenheit, von vollkommener Angstfreiheit. Dieses Phänomen muss auch dem Apostel Paulus bekannt gewesen sein, als er vom Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft, sprach. Es ist wirklich ein Friede, der nicht zu begreifen ist. Und wer ihn erfahren hat, fragt sich oft, wie kann es sein, dass ich in dieser Situation einen solchen Frieden empfinde? Die Antwort ist einfach, sobald man einmal erkannt hat, was das Ego ist und wie es funktioniert. Wenn Formen, mit denen wir uns identifiziert haben, aus denen wir unser Selbstgefühl bezogen haben, zerfallen oder uns genommen werden, kann es dazu führen, dass auch unser Ego zerfällt. Denn das Ego ist die Identifikation mit Form. Wenn nichts mehr da ist, womit wir uns identifizieren können, wer sind wir dann? Wenn die Formen um uns herum sterben oder der Tod naht, wird unser Seinsgefühl, unser Ich-Bin, von seiner Verquickung mit der Form befreit. Der Geist wird aus einer Gefangenschaft in der Materie erlöst. Uns wird bewusst, dass unsere wahre Identität das Formlose ist, die alles durchdringende Präsenz, das Sein, das allen Formen und allen Identifikationen vorausgeht. Wir erkennen unsere wahre Identität als reines Bewusstsein und nicht als etwas, mit dem sich das Bewusstsein identifiziert hat. Das ist der Friede Gottes. Die letzte Wahrheit dessen, wer wir sind, lautet nicht, ich bin dies oder ich bin das, sondern ich bin. Nicht jeder, der einen schweren Verlust erleidet, erlebt dieses Erwachen, diese Loslösung von der Identifikation mit Form. Manche flüchten sich sofort in ein starkes mentales Bild oder eine Gedankenform, worin sie sich selbst als Opfer der Umstände, anderer Menschen, eines ungerechten Schicksals oder Gottes sehen. Mit diesem Denkmuster und den Empfindungen, die es erzeugt, Wut, Groll, Selbstmitleid und so weiter, identifizieren sie sich stark, sodass es schnell an die Stelle der früheren Identifikationen tritt, die durch den Verlust wegfallen. Mit anderen Worten, das Ego findet schnell eine neue Form. Dass diese neue Form eine zutiefst unglückliche Wahl ist, kümmert das Ego nicht weiter, solange es nur eine Identität hat, sei sie gut oder schlecht. Das neue Ego ist im Allgemeinen sogar noch verkrampfter, noch starrer und unangreifbarer als das alte. Wenn du von einem schweren Verlust betroffen bist, wehrst du dich dagegen oder du fügst dich. Manche Menschen werden dann bitter oder sind voller Groll, während andere Mitgefühl, Weisheit und Liebe entwickeln. Sich fügen heißt, das, was ist, innerlich anzunehmen. Du bist offen für das Leben. Widerstand ist ein inneres Sich-Verkrampfen. Durch ihn wird die Schale des Ego noch härter. Du bist verschlossen. Was immer du aus diesem inneren Widerstand, den wir auch Negativität nennen, heraus tust, schafft außen noch mehr Widerstand, und dann ist das Universum nicht auf deiner Seite, und das Leben keine Hilfe für dich. Wenn die Fensterläden zu sind, kann kein Licht eindringen. Wenn du dich hingegen innerlich fügst, wenn du dich ergibst, eröffnet sich eine neue Bewusstseinsdimension. Sollte Handeln angesagt oder nötig sein, geschieht es im Einklang mit dem Ganzen und getragen von schöpferischer Intelligenz, von jenem unkonditionierten Bewusstsein, mit dem du im Zustand innerer Offenheit eins wirst. Dann sind die Umstände und Mitmenschen kooperativ und helfen dir weiter. Koinzidenzen ergeben sich. Wenn nichts getan werden kann, ruhst du in dem Frieden und der inneren Stille, die mit der Unterwerfung einhergehen. Du ruhst in Gott.